Yo Leute, zurück bei der Aufnahme-Session von Red Faction Amageddon. Und ja, ich bin immer noch fleißig dabei. Wir sind in einem Gefängnis, wie es ausschaut. Und ich muss sagen, ich habe jetzt eigentlich nicht vorgehabt, so viel aufzunehmen, aber es hat sich halt dann doch schon ganz schön angeboten, weil ich wollte jetzt erstens natürlich ein paar Videos auf Reserve aufnehmen und dann wollte ich natürlich auch so allgemein einfach noch was aufnehmen. Ich hätte zwar jetzt auch hingehen können und noch, wo muss ich hin? Hä? Muss wieder zurück? Und hätte Diablo aufnehmen können, das werde ich auch gleich noch machen. Aber jetzt hatte ich halt gerade einfach noch Laune, einfach so ein bisschen noch Red Faction zu spielen, ein bisschen zu zerstören noch. Und einfach so, Moment, so, einfach so dem ganzen Chaos hier, äh, Herr zu werden, sag ich mal. Heißt, ähm, herausfinden, wie geht's weiter, was passiert jetzt, wann finden wir oder wie finden wir Chara. Aber, das ist ja sowas, das ist ja jetzt gerade unsere Aufgabe hier. Deswegen. So, ich hoffe auch mal, das ist nicht allzu das große Problem, wenn ich hier relativ im Voraus aufnehme, also ich habe jetzt schon, wenn der Part hier fertig ist, ich habe jetzt gerade online, ich glaube, bis Part 11, heißt also, ich habe schon jetzt nur mit der Aufnahme-Session hier, ja, ich glaube, ungefähr, hm, ich glaube, Part 18 oder so, habe ich schon voll. Und, äh, ich persönlich finde es praktisch und gut, deswegen, alter, deswegen habe ich da natürlich jetzt nicht so das Problem mit, gerade weil ich brauche das hier jetzt nur noch Rendern dann danach und das lasse ich dann eine Nacht durchlaufen, und von daher kann ich dann direkt am nächsten Tag hingehen und, ähm, die Videos dann entweder nachts oder dann halt auch am Tag, je nachdem, ob ich da bin oder nicht, hochladen und ihr kriegt genug Content. Ist ja auch was Feines, muss man ja mal sagen. Was ist hier los? Ich habe irgendwie das Gefühl, da kann ich nicht lang. Ich werde mal, bevor hier die ganzen Viecher... Na, kommt doch. Komm her, wo ist er denn? Erstmal hier den ganzen Scheiß in die Luft jagen, damit wir... Scheiß, wie? Damit wir an die Sache kommen. Und, ah, schade ich. Ah, doch, ich habe ihn noch getroffen. Perfekt. Ich jag den Rest hier auch noch in die Luft. Einfach damit hier der ganze Scheiß mal runterkommt und... ...wir dann noch mehr Punkte kriegen. Natürlich sind wir hier nur auf Punkte aus, beziehungsweise... Das heißt, wir sind nur auf Punkte aus, ne? So kann man das ja auch nicht sagen. Aber wir wollen natürlich schon... ...erlohnt werden für das Chaos, das wir hier anrichten. Ist ein bisschen wie bei Just Cause, finde ich. Also, bei Just Cause 2, da muss man ja auch Chaos machen, um Punkte zu generieren. Und das ist ja im Grunde genau das Gleiche wie hier jetzt. Ich hoffe mal, ihr hört meine mittlere Maustaste nicht die ganze Zeit. Weil über die feiere ich ja die Raketen ab. Wenn doch, dann tut es mir leid. Ich glaube, ich war jetzt auch... ...bis gerade eben noch etwas leise. Das lag daran, weil das Mikro ein bisschen weiter weg stand. Ich hoffe, das ist nicht so das Problem. Ich glaube aber nicht. Sollte ich laut genug reden, dann ist das eigentlich kein Problem. Ich werde jetzt gleich auf jeden Fall... Ich muss ein bisschen zugeben, das hört jetzt doof an. Aber ich freue mich darauf, dass ich gleich mal wieder Diablo aufnehmen kann. Nicht, weil ich dann wieder was habe, was ihr sehen könnt. Also, ihr werdet Diablo wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, wenn das Video hier rauskommt, eh noch nicht gesehen haben. Beziehungsweise werde ich noch nichts raufgeladen haben. Aber trotzdem freue ich mich drauf, weil ich momentan ziemlich wieder Diablo-suchtimäßig unterwegs bin. Sag ich mal, weil es kam ja jetzt das Update 2.1 irgendwas war das, ja. Kam ja jetzt raus und, ähm... Jeder, der Diablo spielt oder eine Zeit lang gespielt hat, sollte jetzt auf jeden Fall wieder Lust bekommen haben. Es kommt ja jetzt auch bald Reaper of Souls. Das werde ich mir zwar nicht kaufen, jedenfalls noch nicht. Aber... Äh... Es wird auf jeden Fall kommen. Wann ist halt noch unklar. Nicht direkt auf jeden Fall. Ja, da komme ich ja nicht hin. Ich war ja gerade nicht so wirklich, was ich hier höre, vor allem weiß ich nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich meine, ich kann hier jetzt auch nicht rauf, also das ist schon Quatsch. Ach, hier war eine Leiter, okay. 2.000, fast 3.000 Punkte. Die müssen wir natürlich investieren. Aber irgendwie... Irgendwie finde ich das hier jetzt nicht so überzeugend, muss ich sagen. Ich hätte gerne mal neue Ausrüstung. Ab wann wird denn das... Du hast noch nicht genug vom Spiel abgeschlossen. Wisst ihr was, dann spare ich jetzt einfach... Äh, die Waffen behalten wir? Ich habe so im Gefühl, jetzt kommt ein Endboss. Habe ich das nicht gerade gesagt? Den Giganten töten, wahrscheinlich. Aber der verliert schon recht gut Leben. Ich muss aber auch sagen, ich verliere auch gar nicht so schlecht Leben gerade. Abflug, Junge. Ah, schade, das funktioniert nicht. Das wäre natürlich fett gewesen, wenn wir hingegangen wären und... Also, ich muss sagen, bis jetzt ist der nicht so schwer. Und jetzt ist er auch schon down. Ha, du Lappen. Gib mir Punkte. Sam, welcher Weg ist der Elevator? Wir jagen natürlich noch hier das infizierte Haus in die Luft. So. Kriegen wir schließlich... Au, fuck. Kriegen wir schließlich auch noch Sachen von. Kann ja jetzt nicht schaden. So. Einfach so. Warum nicht? Ja, damit... Her damit. Oh mein Gott. Komme ich denn jetzt da rauf? Ah, hier. Ist das dumm. Okay. Ich glaube, das bringt eh nichts, wenn wir das zum Einsturz bringen. Von daher lassen wir das einfach. Wo muss ich überhaupt hin? Chara finden ist immer noch unser Ziel. Trotz des Endbosses, der ja jetzt nicht gerade, ne, so schwer war. Aber, naja. Endboss ist Endboss. Muss man ja auch mal sagen. Okay. Oh, neue Erweiterung. Oh, neue Erweiterung. Du weißt, wie ich glücklich bin, dass ich dich verletzt habe. Das ist auch hier. Darius! Nein! Geh zurück! Der Tunnel ist voll von ihnen! Erweiterung. Was ist jetzt? Wir finden den Mann hinter uns, und die Reise beginnt nach dem Tempel. Die Recon-Dronne haben bereits ein Flugzeug gemacht, Mason. Und alles, was du dort gefunden hast, ist dein Truck. Frank, ask your CO to ease up, man. I'm a veteran. Explain what you were doing at the location where the hostiles originated. I was hired by cultists pretending to be salvagers. Adam Hale was there. He set up the whole thing. Hale was killed at the terraform. Unconfirmed. We never found the body. Did we, Frank? Sir, I suppose it is possible that Hale... Sergeant, convey Mason to base camp. Under guard. Mount up. Colonel, don't do this. He's not one of them. I can detain you as well. Approaching base camp. Ending perimeter at two clicks. This is bullshit, Frank. You should be hunting Hale and his followers. And you're sure it was him? You think I wouldn't know that voice? Then just cooperate and you'll be cleared. I've been cooperating. All it got me was chased by a lynch mob and rolled up by red faction. Was that your girl back then? Carl? No. Well, once. Almost. I've never been known for my sense of timing. Holy shit! They're everywhere! Dismount! Engage hostiles! Ab geht der Peter. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Och Gott, jetzt sind die auch noch an der Oberfläche. Ach, wie krass ist das denn? Ich bin gerade noch verhaftet und jetzt habe ich direkt meine ganzen Waffen wieder. Und wetten, nach diesem Einsatz kommt dann jetzt erstmal... Oh Gott, sie sind ja ein super Kämpfer, Bart, Speeds, Boots und so wisst ihr. Kennt ihr doch. Ach, hier können wir uns auch verbessern. Ich würde ja gerne mal... Was liegt denn hier? Eine Shotgun, okay. Ich gucke mal gerade, was haben wir hier? Erhöht die Wirkung von Kopfschüssen erheblich. Vergrößert den Einschlagbereich erheblich benötigt. Megadruckstoß, das hört sich schon mal sehr schön an. Was haben wir hier? Erhöht die Menge an Munition, okay. Die Magazingröße aller Waffen wird erhöht. Erhöht die Schussfrequenz. Was hatten wir hier? Deine Nanoschmiede lädt ihre Energie schneller wieder auf. Jetzt haben wir die guten Sachen. Was ist das hier? Schutzhülle. Nachdem du einen Feind getötet hast, wird der Schaden, den du verursacht hast, vorübergehend erhöht. Den brauchen wir noch echt nicht. Dann würde ich sagen, kaufen wir das und leben. Nein. Was ist das hier? Ach so. Ah, leben da. Perfekt. Haben wir uns nochmal schön geupgradet hier. Oh, wisst ihr, was wir machen? Warum geht das nicht? Doch, es geht. Warme, Junge, da ist denn... Wir müssen hier weiter, oder was? Töten. Acht. Okay, wir dürfen weitergehen. Oh. Oh. Oh, noch mehr? Oh, scheiße. Yo, warte. Was ist er denn jetzt? Erstmal die Nester kaputt, mach. Jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt ist aber tatsächlich Schicht im Schach. Manchmal, da hört's dann aber auch auf. Tschüss, du Wurm. Wurm, Junge. Alter, das Teil geht ja ab. Oh, da sind aber ein paar Nester. Perfekt. Oh, shit. Ich jag hier jetzt einfach alles in die Luft. Ich meine, wenn wir mal so recht überlegen, ist das eh egal, weil... überall so ein Gegner. So. Alter. Ja, 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 komm. Immer ruhig bleiben. Da ist ein Dicker, glaube ich. Wieder so einer. Hör doch auf. Ist am Stinken hier. Was ist da los? Oh. Oh, zwei von den Dicken. Ich hätt gern das Ding da oben. Danke. 50 hat mir das gebracht. Wir haben schon wieder über 1000. Ist denn los? Na, schade, dass diese Druckwelle nicht besonders viel Schaden macht. Ich glaube, wir haben auch ganz falsche Waffen. Wir hätten... Ich geh noch mal zurück. Äh, ich werd jetzt mal... eben die ganzen fetten... Explosivwaffen auswählen. Fuck, wie viele hier sind. Hallo, Leute. Ich bin dann noch mal zurückgekommen. So, jetzt nehmen wir erst mal den Raketenwerfer mit. Dann die Plasma-Kanone. Äh, die Haftminen. Ist ja auch ganz klar. Und das Magnetgewehr. So, und jetzt... Passt auf. Jetzt geht nämlich... Ich muss hier jetzt nämlich noch mal Muni holen. Oh, jetzt haben wir aber hier noch mal... einen dicken Schatz bekommen. Wir hätten uns jetzt eigentlich auch verbessern können, aber... Oh, Käse. Komm her. Was? Was? Wer bist du denn? Warme, Junge. Hau ab. Genau wie du. Mann, Mann, Mann. Also, wir sind schon wieder voll über der Zeit. Das ist ja unglaublich. Ich muss jetzt einfach mal eben... diesen Wurm noch fertig machen. Genauso wie das Nest. So. What the fuck is that? Das denke ich mir auch gerade. So. Ich werd jetzt kurz den Schnitt machen. Und dann melde ich mich gleich zurück. Bis dahin. Und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseh, um mein letztes Video zu sehen. Ich bin dran. Ich bin dran.